Trage eine kleine Menge Augencreme in kreisenden Bewegungen auf und klopfe sie anschließend sanft ein. Somit lockerst du auch gleichzeitig deinen Augenmuskel, der wie ein Kreis um das Auge liegt. Forme ein entspanntes Ohr mit deinem Mund, schaue nach oben und flattere mit den Augenlidern. Nimm nun einen Tropfen Öl und arbeite ihn noch mal sanft um die Augen ein. Nehme die große Spitze des Guaschas. Wichtig ist hier, dass dein Finger immer am Guascha bleibt. Um nicht an der Haut zu reißen, bleibe achtsam, arbeite ohne Druck.